moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen kleinen trick zeigen wie ihr zum teleporter kommt ohne diese tür auf zu machen und zwar leute begebt euch hierhin wo ich hingehe nimmt anlauf springt hier hoch und klettert dann hier hoch dann springt ihr hier rüber leute und hier drauf und ihr könnt den teleporter usen so spart ihr euch 1500 punkte und ja das war's dann mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten video